Liebe Yoga-Freunde, in diesem Video, Yoga für zwischendurch oder Yoga in der Pause, brauchst du an Hilfsmitteln, einen Stuhl, es kann aber auch ein Tisch sein oder eine Fensterbank, wo du gleich in den Stand vorbeugen, dein Hände drauf legst. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Video. Stehe mit hüftbreit geöffneten Füßen, streck deine Arme abwärts, hebe Brustkorb, schau gerade aus, normale ein, normale aus, ab und die Füße fest am Boden, dann streck die Arme vorwärts, Füße fest am Boden, atme ein, streck die Arme. Die Hände, Arme schulterbreit geöffnet, Füße fest am Boden, hebe Brustkorb, streck die Arme maximal durch, schau nach oben, kontrolliere, ob deine Hände schulterbreit geöffnet sind und die Handflächen sich spiegeln. Dann schau wieder nach vorne, Fersen abwärts, Schienbeine rückwärts, hebe Brustkorb, streck die Arme, spreiz die Finger, streck deine Arme wirklich maximal durch. Normale ein, normale aus, achte drauf, dass du deinen Bauch nicht nach vorne pusht, halt dein Becken stabil, Ellbogen fest, Mittelfinger lang, Augen ruhig, immer wieder Füße fest am Boden und streck die Arme maximal. Strecke auch deine Finger, kräftig in Richtung Decke, atme aus, bring deine Arme abwärts, Füße fest am Boden, die Finger gespreizt, Kinn waagerecht, Ohren senkrecht. Schau gerade aus, ein und ausatmen, Augen ruhig und dann bring die Arme wieder nach vorne, achte darauf, dass du dein Becken nicht nach vorne drückst, wenn du gleich deine Arme nach oben bringst. Streck die Arme hoch, Becken bleib stabil und wieder, seh, guck, nicht den Bauch nach vorne drücken. Oberarme gestreckt, Ellbogen gestreckt, bring die Unterarme höher, bring die Handflächen höher und höher, halt deine Finger gespreizt, Daumen gespreizt, spür den Raum von deinen Fersen, hoch bis zu den Mittelfingern. Du fährst noch einen Satz runter, Mittelfinger höher und höher, kurzum, abend aus, bring die Arme nach unten, schau gerade aus, bring die Arme wieder nach vorne, verschränke nun deine Finger, bring die Handteller nach vorne, Fersen abwärts, streck Arme aufwärts. Das gleiche Prinzip, Fersen abwärts, bring die Handflächen höher und höher, halt deine Daumenkuppen sanft beieinander, Fersen noch einen abwärts, streck die Oberarme, streck dich durch die Ellbogen, atme aus, bring die Arme runter und jetzt wechsel die Verschränkung der Finger, bring die Handteller wieder vorwärts, Fersen abwärts, Arme aufwärts, Brust leicht, schau gerade aus. Nicht den Blick fallen lassen, nicht nach oben schauen, nicht nach unten schauen, gerade aus, Fersen abwärts, Schienbeine rückwärts, streck deine Arme maximal, Oberarme, Ellbogen, Unterarme, Handteller bring höher und höher, Fersen bleiben fest am Boden, atme aus, bring die Arme nach unten, spüre nach. Dreh dich nun einmal um, also vielmehr, du musst dich gar nicht umdrehen, Regina dreht sich um, um zu zeigen. Du verstrengst die Finger hinter deinem Rücken, hinter deinem Gesäß, streckst die Arme runter, Fersen satt abwärts, Brust aufwärts und jetzt bring die Arme rückwärts, also Einatmung, streck die Arme und heb die Arme und heb die Brust mit. Fersen abwärts, Augen ruhig, hast du noch ein bisschen Spiel, bring die Handfersen mehr und mehr zusammen, schau gerade aus, Fersen abwärts, das Becken nicht nach vorne drücken, Atme aus, bring die Arme abwärts, wechsel nun wieder die Verschränkung deiner Finger, Fersen abwärts, streck die Arme runter und wie zuvor auch, bring die Arme dann mehr und mehr nach hinten. Einatmung, strecken, Arme mehr nach hinten nehmen, halt die Schultern zurück, wichtig, Augen ruhig, Kiefer gelöst, normale Ein, normale Ausatmung, Fersen abwärts, Brust leicht, schau nach vorne, Arme strecken, Arme heben, halt deine Schultern zurück, schau gerade aus. Und jetzt löst die Hände, lass die Hände einfach los und die Arme werden nach vorne kommen. Du wirst merken, dass die Arme sich jetzt relativ leicht anfühlen. Schau gerade aus, spüre nach. Streck die Arme nochmal vorwärts und aufwärts, Fersen abwärts und nun heb die Zehen mal hoch, dass du wirklich fest auf die Fersen noch ein kommst, Fersen noch ein abwärts und trenn die Mittelfinger von deinem Fersen noch ein. Hebe Brustkorb, streck dich durch die Oberarme, atme aus, bring die Arme abwärts, Augen ruhig, Lippen weich. Dreh dich nun um, öffne die Füße hüftbreit, du musst dich gar nicht drehen, zwingend, falls du einen Stuhl vor dir hast. Kann aber auch ein Tisch sein, eine Fensterbank, ja wenn du Pause machst, kann das ein Schreibtisch sein oder wie gesagt, eine Fensterbank, kann auch ein Tisch sein, wo du gleich deine Hände drauf bringst. Bring die Hände zur Hüfte, heb die Brustkorb, schau hoch in Richtung Decke, führ den Brustkorb nach vorne und dann bring deine Hände nach vorne, auf eine Stuhlkante oder auf eine Tischkante oder auf die Fensterbank und schau an den Händen vorbei, halt die Beine senkrecht, heb das Becken an, Fersen abwärts und dann bring den Bauch nach vorne, nicht die Oberschenkel, bring die Brust nach vorne, weiterhin nicht die Oberschenkel nach vorne, bring das Kinn nach vorne und schau an den Händen vorbei und streck und spreiz die Finger, Augen ruhig, Lippen weich, die Beine stabil, atme aus, schau nun nach unten, platziere deine Ohren zwischen den Oberarmen, sodass Hinterkopf und hinten Kreuzbein eine gerade Linie bilden, Fersen abwärts, heb die Oberschenkel, Oberschenkel hoch und rück, halt die Oberschenkeln am Platz, bring Bauch mehr nach vorne, Brust mehr nach vorne, Hinterkopf nach vorne, streck maximal deine Arme, bring die Hände dann zurück auf die Sitzfläche oder auf die Tischfläche und komm, Einatmung, wieder zurück, streck die Arme, spreiz die Finger, schau gerade aus, spüre nach. Wenn es dir jetzt möglich ist, im nächsten Durchgang, bring die Hände tiefer. Oder du wiederholst die Stellung auf der Fensterbank, mit der Fensterbank oder mit Tisch, hast du einen Stuhl, bring die Hände jetzt auf die Sitzfläche. Am Anfang der Sitzfläche zunächst, hebe Oberschenkel, Brust nach vorne und dann bring deine Arme, soweit es geht, vorwärts. Bring die Ohren zwischen die Oberarme, halt das Becken stabil. Hinterkopf, lang nach vorne, streck die Arme, spreiz die Finger und immer wieder aus der Erdung deiner Füße heb die Oberschenkel. Ohne die Oberschenkel nach vorne zu bringen, atme ein, bring den Bauch mehr nach vorne, Brust mehr nach vorne, Hinterkopf mehr nach vorne, Beine bleiben am Platz, atme ein, streck die Arme, streck deine Finger, Augen ruhig, Lippen weich, normale ein, normale Ausatmung, durch die Nase, Ader-Utanasana wird diese Haltung genannt. Augen ruhig, Lippen weich, dann bring die Hände zurück, Hände dann zum Becken bringen, Fersen abwärts, Gesäß abwärts, Brustkorb aufwärts. Streck die Arme nochmal seitlich nach unten, hebe Brustkorb, normale Ein- und normale Ausatmung. Schau gerade aus, Tardasana, die Bergstellung. Spüre nach. Zahn eingelöst. Komm nun ein bisschen mehr nach vorne und die nächste Stellung wird von sehr großem Nutzen sein, wenn du sehr viel mit einer Maus arbeiten musst oder mit einem Trackpad. Bring die Hände am Anfang des Stuhls oder der Fensterbank oder des Tisches und dann dreh die Hände um, sodass die Finger zu dir hin zeigen. Roll die Schultern zurück, halt die Beine gerade, bring das Becken nicht nach vorne, Oberschenkel fest und jetzt, wenn es dir möglich ist, heb die Handgelenke hoch, beuge die Ellbogen dir entgegen. Das ist eine gute Dehnung für die Handgelenke, vor allem für die Innenarme und wie gesagt, wenn du den ganzen Tag vorm Rechner sitzen musst, viel mit der Maus arbeiten musst, dann ist es eine sehr, sehr gute Stellung. Gut bei Karpaltunnel-Syndrom oder beugt vor. Also heb die Handgelenke hoch, Schultern rück, normale Ein- und normale Ausatmung. Zahn reingelöst. Heb die Innenarme hoch, Schultern zurück und dann bring die Hände zurück, drehe eine Hand nach der anderen wieder, nach vorne, bring die Hände zur Hüfte, Sitzbein runter, Brust nach oben. Komm noch mal kurz in die Bergstellung, spüre nach, Fersen abwärts, brustleicht, schau nach vorne. Wir danken vielmals für die Aufmerksamkeit.